Norddeutscher Rundfunk 2021 Rundfunk 2021 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Da muss ich jetzt abpassen. Da muss ich jetzt abpassen. Was? Das ist der Lukas. Er legt sich schon rein. Super! Aber das Reiter ist auch super, oder? Ja, aber ich glaube, dass ich jetzt auch noch ein bisschen rauskomme. Ja, das ist ein Graus, du bitte. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß nicht. 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 Ja, natürlich. Ja, ich weiß nicht. Das ist eine Heimphilter. Ja, das ist der Flo. 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 Ja, gut. Da ist er da alles. Philipp war die letzte Saison als dritter abgeschlossen in seiner Gruppe. Es schaut auch heute noch eine sehr sehr gute Zeit aus für den Philipp. Und wir warten auf die Starten um 131 auf die Pfleger Kerstin. Leider ist die Sicht jetzt wieder schlechter geworden. Wer ist denn da? Jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Hallo. Das ist ein gutes Gefühl. In Laust mit der Zazumengewicht 31, den Herdzug Marco. Hallo. Ist das schon der Marco? Ja. Das ist super. Ja, das ist jetzt der Auto. Unverkämpfer. Ja. Jetzt, wann ein bisschen Marco geht, dauert wird eine tolle Zeit auf ihn. Ja. 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 Ja, ja.